es ist sehr gut ich habe euch das Bundeskonten zu ist es so lange erst mal zum Kotzen zu sehen ist wieder ein Multiplayer ja ich bin jetzt auch mal in den Server rein gescheunt und wenn die Frames sind schon mal wir sind am abkacken äh ja ich wacke nehmen wir mit und ich habe vor dem Ruckler irgendwie ok wieso auch immer äh ja Multiplayer das erstmal mit Multiplayer spielen also ich habe keine Ahnung was ich erwartet ob es das was wie friendly und nicht friendly gibt Days to play Zombie Horde Tag 2 okay äh nur ein Hund kacke das wohl das Spiel muss Zombie Horde ohhhh das war das war das war knapp das war das war okay 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 das war ich hoffe ich werde jetzt nicht ich hoffe ich werde jetzt nicht verfolgt Player-Kills Okay Hier scheint irgendwie alles schon zerstört zu sein, das ist aber schon schon länger on zu sein Wolltest du so schon alles gelootet sein Das ist glaube ich ein Zombie Spikes Das ist irgendwo ein Hund Kann ich eigentlich noch zuschlagen? Ne ne Oh ne ein Hund, da muss ich aufpassen Ich habe auch nichts mehr zu tun Ne Ne Ist das so ein Deathmatch Modus oder Ich weiß noch nicht Flu Epidemic Ist das Ist doch Joker Sieht aus wie er Why so serious Okay Jetzt hat Nacht Das heißt ich hab voll geschissen Okay Okay Was ist irgendjemand irgendwo was am Hacken Was ist irgendjemand irgendwo was am Hacken Ich glaube hier drin Ich glaube hier drin Schauen wir mal Ich glaube hier rein Der Block sieht ja auf jeden Fall so rein gesetzt aus Der Block sieht ja auf jeden Fall so rein gesetzt aus What the fuck Ach so mein ist ja an die schluss das hat mich erschrocken der setzte jetzt nicht erwartet das ist eine freundliche nachdem ich was sie in die luft fliegt das wasser nicht nicht nun seid ihr Ja, vielleicht? New Horde! Ach du Scheiße! Das... Ist das die Rettung? Äh... Rettung sieht ein bisschen anders aus, aber... Das hier war geil! Wer es so unterschiedlich aus empfinden kann? Sieht so aus! Das sieht mal cool aus! Gehen wir mal runter! Mal schauen, was uns hier unten erwartet... Ohne Leiter! Oh! Okay, Trickshot! Na, okay, nicht wirklich! Wow, was ist denn hier los? Oh, Klapp! Ohne Leiter! Okay... Ich glaube, hier ist ein Erz! Ich glaube, hier ist ein Erz! Noch ein paar Erze! Oh, was ist denn mit dem Fring los hier? Hm... Dann können wir jetzt wieder raus! Oder auch nicht? Ohne Leiter! Ich will raus! Was ist das? Ohne Leiter! Ohne Leiter! Ohne Leiter! Ohne Leiter! Ohne Leiter! Ohne Leiter! Das finde ich jetzt nicht so toll! Weiche von mir! Weiche von mir! Weiche von mir! Oh! Hm! What the fuck! Da darf ich wohl nicht raus! Okay... Okay, hier sind wir! Äh... Ja, aber ich verstehe nicht, worum es hier geht! Oh! Oh! Mh... Naja... Ich schau mal, wo ich noch einen anderen Kunze auffinde! Bis gleich!